Insgesamt wäre mein Rat, dass sich die europäischen Regierungen am besten gemeinsam mal mit Südkorea und Taiwan auseinandersetzen, diese konsultieren und überlegen, was die beste Strategie ist. Von meiner Beobachtung her ist ganz klar, der Lockdown und die Grenzen dicht zu machen, das reicht nicht aus, um die Seuche einzudämmen. Jetzt, wenn wir vergleichen die Situation in China und unsere Situation, jetzt sagen wir mal in Europa, dann haben wir ja einen sozusagen Vorsprung Chinas, Vorsprung Chinas in den Erfahrungen und auch in der Umsetzung von Maßnahmen. Wir haben am Anfang von Ihnen gehört, dass in China auch einige Fehler gemacht worden sind, aber dann ist man ja sehr rigide vorgegangen. Das ist ein Vergleich mit Europa, bei dem man sagen muss, das ist ja noch ziemlich locker, was wir machen. So ist das. Man könnte einerseits sagen, naja, wir hatten das Glück, dass wir nicht die Ersten waren und dass wir aus beiden den Fehlern und den Erfolgen von China lernen könnten. Leider waren wir sehr langsam und sind immer noch sehr langsam im Lernen, was genau eigentlich passiert ist in China, welche Strategien verwendet wurden, welche Ansätze funktioniert haben. Strategisch muss man sagen, dass die gesamte westliche Welt und die SARS-Länder in Asien, also die Länder, die bittere Erfahrungen hatten mit SARS und MERS, dass die komplett andere Strategien fahren. Die SARS-Länder haben von Anfang an immer nur auf Eindämmung gesetzt. Die westliche Welt ist davon ausgegangen, dass das entweder uns nicht betrifft oder inzwischen denkt man, es gibt eine Durchseuchung. Das ist Fachjargon. Das heißt, 40, 50 Prozent der Bevölkerung wird vielleicht infiziert von dem Virus und man muss das jetzt verlangsamen. Das sind völlig unterschiedliche Strategien und man kann jetzt schon sagen, dass so eine Art neue globale Pandemieordnung besteht und entsteht. Und China führt in diese Ordnung ganz klar.